Du hörst den Mindset-Podcast mit Julia Lahrkemper, Folge 105. Willkommen zum Mindset-Podcast. Hier lernst du, wie du dein Gehirn mehr zu deinem Vorteil einsetzt, souveräner mit Herausforderungen umgehst, in deiner Selbstständigkeit mehr Geld verdienst, produktiver arbeitest und dir letztlich das Leben erschaffst, das du wirklich leben willst. Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Lahrkemper. Hello, 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 einen wunderschönen aus dem Podcast-Studio. Herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge. Und dieses Mal möchte ich ein Format anbieten, einen Rückblick anbieten, wo ich mich von Natascha von Madame Moneypenny habe inspirieren lassen. Die macht, das glaube ich, jedes Quartal, dass sie so einen Rückblick macht, wie ich das heute auch mal anbieten werde. Und ich muss gestehen, dass ich früher Nataschas Podcast gehört habe und inzwischen kenne ich die meisten Themen oder sind das nicht so relevante Themen für mich. Aber diese Quartalsrückblicke, die sie macht, finde ich immer total spannend und die höre ich mir in der Regel immer an. Und deshalb dachte ich, Natascha, nimm es mir nicht übel, ich klaue einfach mal die Struktur und mache das auch und bin mal gespannt, was du dazu sagst und ob dir das gefällt. Und ich kann dann ja auch noch mein eigenes Format daraus entwickeln. Aber ich fand es erst mal spannend, einen Rückblick zu geben. Und zwar geht es für mich jetzt erst mal um die ersten sechs Monate diesen Jahres. Und du kannst natürlich auch dieses Format für dich nutzen. Wie gesagt, Ehre gebührt. Ich habe mir das nicht ausgedacht, sondern Natascha Wegelin von Madame Moneypenny. Ich bin ja übrigens auch Mindset-Coach in ihrem Mentoring-Programm. Das mache ich super gerne so nebenbei. Und also nebenbei zusätzlich zu meinem Programm. Und wir hatten da im, wann war denn das? Anfang Juni, ganz am Anfang, gab es eine Veranstaltung, den Alumni Day, der einmal im Jahr stattfindet und vom Team von Madame Moneypenny organisiert ist, wo dann auch die Kundinnen zusammenkommen. Und wo ich dann auch die Möglichkeit habe, die Kundinnen mal persönlich zu treffen. Und das ist immer total schön. Und darunter finden sich dann auch einige, die ich entweder aus meiner Mastermind kenne oder aus der Moneyflow Academy, die mich vielleicht über Natascha kennengelernt haben und dann zu mir gekommen sind. Oder die erst meine Programme gemacht haben und dann zu Natascha gegangen sind. oder die auch, die ich teilweise empfohlen habe. Also ich habe auch Kundinnen aus der Mastermind bei mir empfohlen, als Coaches bei Natascha. Also so hängt das alles zusammen. Wir sind da sehr freundschaftlich verbunden. Und ja, jetzt wollte ich mal loslegen und dir auch diese Struktur mit ans Herz legen, sodass du die Möglichkeit hast, auf dein Halbjahr zurückzublicken und mal zu schauen, wie die letzten sechs Monate für dich gelaufen sind. Und wie immer bei diesen Rückblicken ist das so, dass das sehr erhellend ist. Und ich mache das so, dass ich euch drei Punkte gebe, was so die Highs in meinem Business waren. Also die Dinge, die gut gelaufen sind. Dann die Lows in meinem Business. Und dann auch, das teile ich ja auch nicht so viel, aber immer mal wieder und immer öfter, auch meine Highs privat, persönlich und auch meine Lows privat, persönlich. Ja, ich würde sagen, du kannst das jetzt entweder so machen, dass du die Podcast-Folge hier kurz anhältst und für dich mal schaust, was jeweils die Highs und Lows beruflich und privat für dich waren. Ich habe jeweils drei Punkte aufgeschrieben. Oder du hörst dir jetzt die Folge mit mir an und machst das dann danach. In jedem Fall möchte ich dich sehr ermuntern, das zu machen. Und ich würde das auch am besten empfehlen, dass du das mit Papier und Stift machst, also wirklich handschriftlich aufschreibst. Es gibt Studien, die besagen, dass Reflektionen, die wir handschriftlich machen, besser erinnert werden, wir dann eine bessere Verbindung zu uns aufbauen können. Wenn du jetzt eher der Tipper bist, ist es ja auch irgendwie zeitgemäßer, es einzutippen. Ist das natürlich auch nicht schlimm. Mach das auch gerne, bevor du es gar nicht machst. Denn es macht einen großen Unterschied, auch nochmal die Ziele zu erinnern oder wirklich diese Reflektion auch schriftlich festzuhalten und nicht mal kurz im Kopf nur durchzugehen. So, so viel zur Vorrede. Jetzt geht's los an diesem regnerischen Sommertag. Willkommen in Deutschland. Mein High im Business war, dass ich über zwei Wochen Urlaub gemacht habe und zwar ohne auch nur einmal von meinem Team gestört zu werden. Nicht, dass mein Team mich gerne stört, sondern wir haben das diesmal so gut geplant und so gut vorbereitet, dass das einfach nicht notwendig war, dass mein Team handlungsfähig war und ich mal komplett raus sein konnte aus meinem Business und mich komplett erholen und entspannen konnte. Und das wirkt jetzt vielleicht wie ein privates High. Das ist natürlich auch ein privates High. Aber ich bin wirklich, wirklich, wirklich sehr positiv auch wieder zurückgekommen und halt gut erholt zurückgekommen. Und ich kann das jetzt wirklich sehen, wo das Business auch davon profitiert, dass mein Gehirn und mein Körper mal ganz anders entspannt haben, entschleunigt haben, sich erholt und regeneriert haben und wie sehr sich das auch aufs Business auswirkt. Also ich merke das jetzt gerade einfach, wie viel entspannter ich durch die Tage gehe. Wir haben auch im Team-Meeting, im ersten Team-Meeting nach meinem Urlaub beschlossen, dass wir alles das, was wirklich nicht notwendig ist, wo wir manchmal noch so Projekte reinquetschen, nochmal spontan sagen, ach komm, das machen wir jetzt noch. Das macht natürlich manchmal Sinn. Bei uns ist das irgendwann eher zur Regel geworden. Und dass wir uns das jetzt abgewöhnen und auch uns gegenseitig accountable halten. Ich bin da meistens eher das Problem, dass ich das schnell nochmal gemacht haben möchte. Und also diese Entschleunigung, die auch dadurch entsteht, die ist auch ein absolutes High. Ein weiteres High war, dass ich, als ich auf meine BWA geschaut habe, gemerkt habe, dass wir mehr Umsatz und mehr Gewinn gemacht haben als letztes Jahr, obwohl wir noch kein Ziel wirklich so erreicht haben, wie wir es erreichen wollten in diesem Jahr. Also alle Umsatzzahlen oder auch Kundenanzahlverkäufe, die wir uns vorgenommen haben für bestimmte Launches, die haben wir nicht erreicht. Wir haben uns natürlich auch höhere Ziele gesetzt als letztes Jahr, weil mein Gehirn so tickt. Ich hatte es versucht, einfach nur das Gleiche zu erreichen wie letztes Jahr. Das findet mein Gehirn wahnsinnig langweilig. Deshalb haben wir uns davon wieder verabschiedet. Und trotzdem, weil aber auch im Online-Markt halt diese Stimmung war, so der Markt funktioniert nicht mehr, Launches funktionieren nicht mehr, Live-Launches funktionieren nicht mehr, Evergreen-Launches sowieso nicht, Coaching ist durchgenudelt, es gibt viel zu viele Coaches, all dieses Blabla. Ich kann euch sagen, für mich stimmt das nicht und ich kenne viele andere, für die das auch nicht stimmt. Also wer jetzt immer noch im Juli daran glaubt, das mit Beratung, mit dem Experten-Business, mit dem Online-Business, in dem in diesem Jahr kein Geld zu verdienen ist. Ich kann dir sagen, es ist nicht wahr. Und weitere Erkenntnis, durch dieses ganze Gerede und dadurch, dass wir auch die Ziele halt nicht so erreicht haben, wie wir sie ursprünglich erreichen wollten, hatte ich natürlich in meiner subjektiven Wahrnehmung auch die Idee so, das läuft aber schlechter als letztes Jahr. Und da war es wieder so wichtig, nicht auf diese gefühlte Einschätzung zu schauen, die war ja teilweise faktisch begründet und auch mit Fakten untermauert, aber dann doch wirklich dieses Auseinandersetzen mit den aktuellen Zahlen auch da immer wieder einzuchecken. Und ich mache das auch jeden Monat, dass ich mir die BWA anschaue. Und trotzdem habe ich es erst, auch nach meinem Urlaub, wahrscheinlich, weil ich da auch ein bisschen frischer im Gehirn war und mal genauer hingeschaut habe und mich ein bisschen intensiver damit befasst habe, habe ich gemerkt, das sieht doch fantastisch aus. Alles ganz wunderbar. Und ja, wir sind also gut auf Kurs. Und das Dritte ist, dass wir auch durch den Urlaub motiviert und auch durch die Lows motiviert, auf die ich noch kommen werde, weiter dran sind, das Business zu vereinfachen und auch die Programme zu optimieren, damit die Kunden in der Moneyflow Academy und in der Business Mindset Mastermind schneller bessere Ergebnisse bekommen. Das heißt nicht, dass die generell zu lange brauchen oder keine guten Ergebnisse kreieren. Wir teilen ja auch immer wieder gerne in den Interviews hier im Podcast die Ergebnisse. Und dennoch würde ich es halt gerne hinkriegen, dass wirklich 100 Prozent der KundInnen großartige Ergebnisse schnell erreichen. Und da mache ich mir immer wieder Gedanken, wie das denn gehen kann. Und zum Beispiel haben wir im Januar die Angebotswerkstatt ins Leben gerufen, die dazu geführt hat, dass die Kunden der Moneyflow Academy einfach viel schneller zufrieden sind mit ihrem Angebot, sich damit einmal kompakt beschäftigen und das nicht über Wochen und Monate ziehen, sondern sich hinsetzen, die Workshops anschauen oder im Januar live dabei waren und dann die Entscheidung getroffen haben und dann loslegen können. Also das ist ein gutes Beispiel, wie es funktioniert. Und wir haben zum Beispiel auch ein Reporting eingeführt und auch einen Reporting Call, die eine Mitarbeiterin aus meinem Team leitet, wo die Teilnehmerinnen der Moneyflow Academy die Gelegenheit haben, wirklich zu schauen, wie ist denn der Monat gelaufen, wie viel Umsatz haben sie verdient, wie hat sich ihr Mindset verändert, wie hat sich ihr Gefühl, ihre Angst zum Beispiel in Bezug auf Sichtbarkeit verändert, bemerken sie eine Veränderung in ihrem Mut, in ihrer Risikobereitschaft und auch diese Reporting Calls sind wirklich sehr, sehr wertvoll, werden gut angenommen und da trauen sich halt auch, vielleicht auch, weil ich die Calls nicht mache oder auch generell, weil der Call halt anders aufgesetzt ist, trauen sich da auch Teilnehmerinnen, zu Wort, die in den Coaching Calls eher zurückhaltender sind und das finde ich auch total schön. Also das Feedback, was ich da dann immer wieder höre, die werden auch nicht aufgezeichnet, die Calls, vielleicht liegt es auch daran, dass es für manche dann einfach ganz wunderbar ist, da frei zu sprechen, ohne dass es davon Beweis gibt sozusagen. Also all das, diese beiden Dinge sind mir eingefallen, wie wir auch die bestehenden Programme optimieren. In der Business Mindset Mastermind habe ich neue Trainings implementiert, also einmal zum Thema geistiges Eigentum und also werde unkopierbar heißt das. Das ist ein Training und zum Drei-Jahres-Plan, das hatte ich bisher immer nur in den Live-Retreats mit drin und wir hatten Workbox dazu, die wir dann so workshopartig durchgegangen sind und da gibt es jetzt auch ein Training dazu, was in Videos festgehalten sind und für alle jederzeit verfügbar ist. Auch das ist großartig, wurde sehr gut angenommen, auch von der aktuellen Gruppe und ich bin jetzt sehr gespannt, wie sich die neue Gruppe darüber freut und damit auseinandersetzt. Die sehe ich ja jetzt zum Live-Retreat im Juli. Da freue ich mich schon sehr. So, neben all diesen wunderbaren Highs gab es auch Lows und zwar ging das Jahr extrem sportlich los. Wir hatten sehr hohes Tempo, sehr viele Aufgaben. Ich fühlte mich zum Jahresanfang extrem gut erholt und das habe ich auch schon in einer anderen Podcast-Folge mal berichtet, zum Thema Rest Harder, zum Thema Entspannung, wie schnell diese oberflächliche Erholung leider weg war und dazu kam, dass ich auch zum Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres eine Personalentscheidung getroffen habe, die sich leider nicht so entwickelt hat, wie ich das gerne wollte und wir dadurch halt einfach viel mehr Arbeit hatten, die nicht in so viel Ergebnis gemündet ist und also das sind jetzt im Prinzip alle drei Themen auf einmal. Also dieses hohe Tempo war ein Low. Ich hatte das total überschätzt, was wir schaffen können im ersten Quartal. Da haben wirklich das Team und ich uns richtig, richtig reingehauen und dann auch echt erschöpft und das dritte war halt die Personalentscheidung, die halt auch mit beiden verbunden ist. Also wir hätten, glaube ich, mit den richtigen Personen im Team hätten wir das Tempo besser durchgehalten, aber so war es halt dann nochmal eine extra Belastung und deshalb ist als Low halt auch das nicht nur, ich habe dann zu Ostern gemerkt, so Gott, hier geht ja gar nichts mehr bei mir, sondern auch im Team habe ich halt gemerkt, da ist die Laune ist nicht gut, die Energie ist nicht gut, die Kreativität geht runter und dann haben wir halt einen anderen Kurs gewählt und haben das verändert, so dass jetzt alle wieder bessere Laune haben, gut erholt sind und wir auch ganz viel verändert haben. Genau, jetzt ist mir gerade noch eingefallen, wir haben auch im Social-Media-Bereich was geändert und haben da auf eine neue Strategie gesetzt, also das ist jetzt auch noch ein zusätzliches High, dass das sehr gut angelaufen ist und gut läuft und glaube ich auch mittel- und langfristig sich sehr gut noch auszahlen wird. Auch da ist das Low, dass es doch einen Tick anstrengender war, als ich mir das so vorgestellt habe, aber das ist oft so und das war halt auch, das war auch so ein Projekt, wo ich mit meiner Social-Media-Mitarbeiterin nach Amsterdam geflogen bin und wir nochmal schnell so ein Shooting und zwei Tage Videos einsprechen, reingequetscht haben und das war ein bisschen viel. Alles machbar, aber ja, macht dann irgendwie auf Dauer nicht so wirklich viel Freude. So, kommen wir zu den Highs privat. Das High ist definitiv auch hier, das erste High ist der Urlaub und jetzt diesmal nicht so sehr die Entspannung oder wie sich das aufs Business auswirkt, sondern ich habe Fernwanderwege für mich entdeckt. Ich bin letztes Jahr schon in Schweden einen Fernwanderweg gelaufen und dieses Mal jetzt in Italien einen Fernwanderweg gelaufen. Also ich habe das nicht alleine gemacht, aber das wäre auch nochmal was, wo es mich reizen würde, zumindest ein paar Etappen vielleicht auch alleine zu gehen. Aber für mich ist wirklich Wandern the shit. Also ich finde es so geil, die, also ich war nach dem ersten Wandertag jetzt bei dieser Reise im Mai, Mai, Juni war ich so, habe ich mich schon so erholt gefühlt. Natürlich war ich das noch nicht wirklich. Aber dieses, was mir daran so gefällt, ist dieses, diese Vereinfachung. Du hast halt einen Plan für den Tag und der Plan ist, von A nach B zu laufen, also deine Etappe zu machen. Dann hatten wir halt so einen total schönen Ablauf. Erstmal entspannt aufstehen, ganz in Ruhe frühstücken. Du musst ja auch gut, gut ausgestattet sein, gut genährt sein, wenn es dann losgeht. Du machst ja auch was, du bewegst dich. Dann das Bewegen in der Natur und dann für mich auch, also Schweden war auch mega schön. Aber Italien ist nochmal ein bisschen näher an meinem Herzen. Und auch da einfach, es war einfach wunderschön und geiles Essen und was halt so auch wichtig ist im Urlaub. Und dann aber auch, dann ist ja dein Tag im Prinzip um vier oder so, sind wir da meistens angekommen und vier, fünf vielleicht, wenn es eine längere Etappe war und dann bist du halt körperlich total schön erschöpft, angenehm erschöpft. Das war jetzt auch nicht zu heftig, die Wanderung. Also wir sind so gute 24 Kilometer gelaufen im Mittelgebirge. Also das war alles, also wir waren fit, das war jetzt alles nicht so mega anstrengend und trotzdem aber schon fordernd auch auf die Dauer, aber halt nicht zu viel. Was aber dazu auch führt, dass wir dann irgendwie nach unter der Dusche stehen, chillen, irgendwie ein paar Nachrichten schreiben, Fotos hin und her schicken, ein paar Zeilen im Buch lesen oder ein bisschen Journaling oder so. Dann ging es halt zum Abendessen und danach war der Tag halt auch erledigt und vorbei und wir lagen wahnsinnig früh im Bett und haben dann auch unfassbar lange schlafen können, bis der nächste Tag dann doch relativ früh losging. Aber weil wir halt einfach den Bürgersteig hochgeklappt haben und gesagt haben, hier ist jetzt E-Schicht im Schacht, ich gehe keine drei Meter mehr heute Abend und in dem einen oder anderen Bergdorf war auch nicht unbedingt irgendwas los. Also manchmal hätten wir noch ein bisschen Gas geben können, haben wir aber nicht. Und ja, es war einfach, also für mich ist das gerade das absolute Highlight, diese Art von Urlaub zu machen. Ich finde es richtig, richtig cool und auch wirklich so lange in der Natur zu sein. Wir sind von der Stadt in die Stadt gelaufen, aber dazwischen diese Tage halt auch so richtig in der Natur zu sein, nicht viel zu hören, keinen Autoverkehr zu hören oder so. Es ist einfach, ach, ich entspanne da total und vor allem diese Momente, ich habe es auch schon ganz vielen Freunden erzählt, ich werde wahrscheinlich nur wochenlang davon erzählen, aber so diese Momente, wo ich gemerkt habe, es findet gerade in meinem Kopf nichts statt und ich habe wirklich so gut wie nie an die Arbeit gedacht und das ist ganz ungewöhnlich. Und wenn ich an die Arbeit gedacht habe, dann halt nie in Form von Stress oder Problemlösung oder so, sondern dass es eher was Kreatives war und ja, das war richtig cool und wir haben auch, wir haben halt unterwegs natürlich dann auch viel geredet und auch viel geschwiegen, aber wir haben halt auch jeweils für die anderen, aber auch für mich natürlich Lösungen erarbeitet für Dinge, die ich verändern wollte und auch das ist total schön, dass dann neben der Erholung und der schönen Landschaft und dem leckeren Essen und den tollen Kontakten und alles, was so passiert ist, halt auch doch noch ganz entspannt Lösungen entstanden sind für Herausforderungen, die ich jetzt lösen werde. Also, mega, mega cool. Dann, Freizeit und Privat, das macht mir wieder richtig Spaß. Ich kultiviere Freundschaften anders und habe sehr, sehr schöne Freundschaften aufgebaut, das war mir ein Anliegen, weil sich das doch in den letzten Jahren auch durch die Gründung und durch die Selbstständigkeit und alles, was damit zu tun hatte, recht verändert hat und ich lerne auch neue Leute kennen, gehe da ein bisschen offensiver raus und, ja, zeige mich der Welt wieder mehr. Da war ich eine Zeit lang sehr zurückhaltend, auch weil ich einfach müde war, erschöpft war, keinen Bock hatte und jetzt, jetzt bin ich halt wieder startklar und habe richtig Lust und habe halt auch Ideen, was ich machen will. Also, es war tatsächlich ein Konflikt, den ich hatte, dass als ich gemerkt habe, so, hm, ich arbeite ja irgendwie nur die ganze Zeit, das war vor drei Jahren oder so, da hatte ich erst mal wirklich so ein großes Fragezeichen, wie will ich denn meine Freizeit gestalten und da habe ich jetzt viel rum experimentiert und, ja, habe jetzt so meine Wege gefunden und definiere halt, was mir wichtig ist und was halt auch, was ich jetzt auch mitnehmen will aus Italien oder aus den Fernwanderwegen ist jetzt auch, dass ich mehr durch Brandenburg wandern möchte, also auch meine Wochenenden wirklich bewusst mehr in der Natur verbringe. Das ist ja immer so eine theoretische Idee, die irgendwie alle haben und dann kaum jemand macht und das setze ich jetzt wirklich ganz anders um und, ja, habt ihr auch nette Begleitungen und macht mir das schön, also, das ist ganz wunderbar und ich merke auch, dritter Punkt, dass all das, was ich gelernt habe, verändert habe, auf was ich mich auch eingelassen habe, aber auch im Sinne von Coaching und Therapie, dass das wirklich wirkt. Also, gerade die letzten zwei, drei Jahre waren ganz schön fordernd und anstrengend, auch privat, hatten Todesfälle auch in der Familie einerseits, einerseits mehr erwartet, andererseits unerwartet, aber beide dann doch überraschend schmerzhaft und ich merke, ich bin einfach resilienter, ich bin sehr bei mir, ich bin vielmehr so, wie ich sein will, vor allem auch in Konflikten oder in Situationen, die mich irgendwie früher noch total überwältigt haben, herausgefordert haben, wo ich merke, da fühle ich mich irgendwie so erwachsener und finde das total gut. Also, auch das waren teilweise sehr, sehr schmerzhafte Transformationen, die ich dadurch laufen bin, aber ich bin meinem früheren Selbst sehr dankbar und auch stolz auf das, dass ich mich da immer wieder reingetraut habe, auch da in die Verletzlichkeit zu gehen und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Freundschaften und Beziehungen aus. Und, es gab auch ein paar Lows, also ein Low ist so ein Scheiß, mein Fahrrad wurde geklaut, fand ich total ätzend, also Leute, sowas macht man nicht, das war wirklich kein mega, super, Hightech, paar tausend Euro Fahrrad, sondern einfach so ein richtig zuverlässiger Begleiter in meinem Leben. Ich hatte das Fahrrad so, so, so viele Jahre lang und es hat mir so treue Dienste geleistet und wir waren so ein tolles Team und auf einmal stand es nicht mehr da, wo es immer stand. Richtiger Asimu, finde ich total scheiße und war wirklich empört für die Zeit, aber es hilft ja nichts. Jetzt habe ich ein Neues und das ist auch okay. Zweiter Punkt, diese viele Veränderungen, von der ich gerade gesprochen habe, die ist natürlich teilweise auch schmerzhaft und die hat auch viel Kraft gekostet und es hat auch dazu geführt, dass sich halt manche Beziehungen, sei das jetzt freundschaftlich oder in anderer Form verändert haben und auch nicht immer positiv verändert haben, also wo ich mich vielleicht zurückziehe oder keinen Kontakt wünsche oder weniger Kontakt oder klare Grenzen setze oder so, das hat ja nicht immer nur positive Effekte. Ich merke halt, dass es sich sehr positiv auf die Beziehung zu mir auswirkt und auch zu der Beziehung zu den Menschen, die mir sehr nahe stehen und bereit sind, diese Entwicklung mit mir zu gehen, aber die eine oder andere Person habe ich halt dadurch auch verabschiedet und habe das auch betrauert, die loszulassen und genau deshalb ist das halt auch die Veränderung, das kennst du ja sicherlich auch, dass da auch ein paar negative Aspekte mit dabei sind und das finde ich auch wichtig, das immer transparent zu zeigen und auch das das High, dass mein Privatleben und meine Freizeit jetzt viel mehr Spaß macht und viel mehr los ist, viel mehr passiert, das finde ich manchmal wirklich extrem anstrengend und das ist auch ein Low, dass ich dieses Privatleben so, wie ich es gern haben will, die Freizeit, die ich so gern gestalten möchte, wie ich es ja auch wirklich gut, also jetzt nicht so übervoll packe, aber einfach so gestalte, dass es ereignisreich ist, dass es abwechslungsreich ist, dass es Spaß macht, dass es spielerische Aspekte hat und gleichzeitig aber auch viele unterstützende Routinen das erfordert noch relativ viel Kraft und Organisation und Kreativität und Energie, also ich muss mich, vielleicht ist das einfach so, aber vielleicht bleibt das auch so, momentan habe ich das Gefühl, das ist irgendwie noch ein bisschen anstrengender, weil noch nicht alles in so einer Energie, in so einer Routine geflossen ist und da suche ich noch so ein bisschen Vereinfachung, vielleicht auch Entlastung an anderer Stelle, dass ich dafür dann mehr Energie habe und ich merke halt, wenn ich mal eine Woche oder ein Wochenende oder zwei halt nicht so gut angehe und nicht so kreativ bin, mir da wenig Zeit nehme, wenig organisiere, dann sind das auch die Wochen und Wochenenden, die mir dann nicht so gut gefallen, die nicht so erholsam sind, die halt weniger Spaß machen, so, nur wenn man da doch irgendwie nur auf dem Sofa rumhängt und mein Buch liest, ist ja auch okay oder halt auch mal ein paar Serien glotzt, ist halt auch okay, aber letztlich sind halt diese anderen Zeiten, wo ich mein Privatleben viel bewusster gestalte, auch wenn es anstrengend ist, ja, die, die ich, von denen ich öfter mehr haben will. Jetzt habe ich aber auch ein paar Lösungen kreiert, wie ich das verändern kann und bin sehr gespannt, wie sich diese Vereinfachung dann zeigt. Ja, und das war es auch schon, also das war mein Halbjahresrückblick, ich bin immer wieder erstaunt, was in so sechs Monaten passieren kann und passiert und finde auch diese Unterteilung, die Natascha macht zwischen High und Low und Privat und Beruflich interessant, ich mache das sonst immer, dass ich einen Rückblick mache, eher mit was lief gut, was lief dich so gut, was will ich verändern, auch das ist sehr fruchtbar und ansprechend, aber ich fand das jetzt mal gut, das auf diese Art und Weise zu machen und ja, ich bin sehr gespannt, was bei deinem Halbjahresrückblick hinauskommt, wie du darauf schaust, was deine Highs und Glows sind und freue mich sehr jetzt auf das nächste halbe Jahr, die nächsten sechs Monate, die laufen ja jetzt schon ein paar Tage und ja, finde auch beruflich immer im Business, die letzten sechs Monate sind in der Regel viel ereignisreicher und auch erfolgreicher, da bin ich jetzt sehr gespannt, was wir noch umsetzen und kreieren können und ja, privat bleibt es ja eh immer spannend, also auch da bin ich ganz neugierig, was von meinen Plänen dann tatsächlich in die Umsetzung kommt, was bleibt, was herausfordernd ist, was unerwartet kommt, all das wartet ja mal auf uns, das Leben bleibt spannend. also ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, einen fabelhaften Rückblick mit neuen Erkenntnissen und freue mich sehr, wenn wir uns auch, wenn sich unsere Wege auch in den nächsten sechs Monaten kreuzen werden, also lass es dir gut gehen, bis nächste Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, willst du meine Mindset-Impulse als Newsletter nicht verpassen. Wenn du dich unter julialarkhemper.com slash Newsletter anmeldest, bekommst du Tipps dazu, wie dein Mindset deinen Kontostand beeinflusst, wie du deinem Gehirn ein Update verpasst, damit der Umgang mit Geld für dich entspannter wird und was genau Brückengedanken sind und wie du sie für dich nutzen kannst. Du bekommst jede Woche frische Mindset-Tipps um aus deinen Gewohnheiten auszubrechen und dir bewusst und aktiv ein Leben mit weniger Stress und mehr Geld aufzubauen.